Um die Diskussion anzuheizen, versucht Jörg Montora seinen Gast ein bisschen zu kitzeln. Und da haben sie gesagt, in irgendeiner Funktion werde ich mit Schalke 04 nochmal deutscher Meister. Ich wusste nicht, dass sie so viele Ambitionen auf das Amt des Alterspräsidenten haben. Oh oh, achten sie mal auf Rudi Assauers Mittelfinger. Man darf ja nicht nur populistisch sein, oder? Mein lieber Jörg von Tora. Ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen schon in den Spiegel geguckt haben. Das war Ihr Beste heute. Ich habe es getan, wenn wir uns beide gleich da hinstellen, dann wird jemand, wir machen eine kleine Zäsur und sagen, okay, wer beurteilt jetzt, wer älter aussieht von Tora oder ich? Erstens sind Sie 20 Jahre jünger als ich und Sie sehen 40 Jahre älter aus als ich. Das war das Fakt. So, und in der Tat werde ich es noch erleben, dass Schalke 04 in den nächsten Jahren deutscher Meister wird. Ich werde es noch erleben. Die Frage sei erlaubt, ob Sie dann noch auf diesem Stuhl hier sitzen. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, weil ich ein realistischer Mensch bin, habe ich nur ein Zwei-Jahres-Vertrauch unterschrieben. Aber auch um der Wahrheit die Ehre zu geben. Wir sind fünf Jahre auseinander, lieber Herr Assauer, auch wenn man es nicht sieht. Und bei mir ist es morgens wirklich so, ich schaue in den Spiegel und sage, ich rasiere dich trotzdem. Das ist immer meine Philosophie, aber ich finde das sehr schön, dass wir damit... Aber nach wie vor machst du das trocken und ich mache es... Immer trocken, ja. Und weil Rudi gerade so gut drauf ist, nimmt es sich gleich noch diesen schalke-kritischen Reporter vor. Na, warte, Böschchen. Herr Buschmann, noch einmal. Sehen Sie, das ist der entscheidende Fehler. Wenn Sie zugehört hätten bei allen Pressekonferenzen, ab und zu tun Sie das, ja. Und wenn Sie die Haare ein bisschen kürzer stellen, dann sind die Ohren auch freier. Das muss doch auch. Wir haben immer... Ich spreche es doch gar nicht an uns rein. Wir haben immer gesagt, aus der Anleihe wird nicht ein Euro investiert in Spieler. Und dabei bleibt es. Und das haben wir bis heute nicht getan. Sondern... Bitte? Wo investieren Sie das Geld in? Ja, in die gesamte Infrastruktur, Herr Jörg von Thora. Ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal auf dem Schalker Feld gewesen sind. Ich kann Ihnen das ganz offen gestehen. Das war im Februar. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, oder was? Nein, nein, das war im Februar. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Rudi Assauer, das sieht zwar so aus, aber da war ich noch nicht geworden. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, und bin 조� giant. Vielen Dank.